In die Feuerwache. Ja, wo? Ja, da vorne, wo die roten Türen sind. Da ist ein Shotgun. Mach die Tür mal auf. Da war schon jemand. Geh rein einfach, Mann. Hi, Tür zu wieder. Ja, geht nicht. Sicher. Ach, ficken. Du musst mir da jetzt helfen kurz. Okay, warte, ich komm raus. Du kommst runter, ich lauf jetzt im Kreis, du machst jetzt so, dass du die Tür zumachen kannst und ich komm jetzt. Scheiße. Ah, ich bin draußen. Du bist draußen, Alter. Er greift dich an, gell? Nee, der greift dich an. Nee, jetzt ist er wieder draußen. Ich bin da hinter der Barrikade, da kommt er nicht vorbei. Da kommt er nicht durch. Schau mal. Schau mal. Ha, schau mal. Wie bist du da hin? Du kommst. Mit F. Mit V, Mann. Mit V. Yeah. Kleiner Hurensohn hier, ne? Warte, warte, warte. Lass mich schießen. Ich geh mal nach oben, ne? Da ist nix. Was machen wir jetzt? Super. Kann man eigentlich, lassen die auch irgendwas fallen eigentlich, die scheißbeschüssenen Zombies? Oh, ob man nix gescheites. Kriegt man eigentlich nie was gescheites. Ich will eigentlich einen coolen Rucksack haben. Checkt du mal die... Da liegt einer, aber das ist der gleiche, den du hast. Echt? Den kleinen. Jo. Ich will aber so einen großen. Kann man nix machen. Hör, da kommt einer. Komm, gehen wir. Ja, aber jetzt kommen die ganzen Zombies, ne? Egal. Okay, wir können ja nicht die ganzen Folgen so behindert hier. Hinter dir, hinter dir, hinter dir. What? Komm, lauf einfach. Wohin? Lauf einfach, lauf mir einfach nach. Komm. Komm, lauf nach. Nur weil du schießen wolltest, ne? Nur weil du schießen wolltest. Geh einfach nach, Mann. Wir hätten den Zombie locker umgehen können, aber nein, du wolltest unbedingt schießen. Und warum? Weil du so schießgeil bist. Ja, und? Wir laufen jetzt in die andere Feuerwache. Okay. Ich will eigentlich nur einen größeren Rucksack, ey. Ist ja so wurscht. Ach, guck mal, wie viele Zombies da hinten sind. Ich weiß. Einer ist gerade vor mir. Wow. Und noch einer vor mir. Ja, ja, ich seh's. Hierher, jetzt geht's hier voll die Action ab. Und warum? Es wäre doch geil, wenn andere Spieler kommen würden. Ja, ja. Wow, da ist einer. Wow. So, mich verfolgt keiner. Cool, ne? Da ist einer, Mann. Da ist einer, Mann. Siehst du den nicht? Doch. Geh nicht auf mich. Hinterher. Scheiße. Du hast gerade auf mich geschossen, Mann. Scheiße, jetzt kommen die ganzen Zombies. Warte, leise. Hast ihn, hast ihn, hast ihn. Ich lauf außen rum. Ich lauf außen rum. Warte, scheiße, er ist drin. Warte. Scheiße, Mann. Warte mal, warte mal. Ey, der sah genauso aus wie du. Deswegen habe ich da nichts erkennen können. Pass auf, Eis. Bist du auch drin? Jo, ich drin. Ich bin drin. Er steht da. Ich sehe ihn. Warte. Wenn er jetzt rauskommt, ich schieße ihn. Ich schieße ihn ab. Der hat einen geilen Sniper, Mann. Ja, hallo, was mache ich denn? Die ganzen scheißbehinderten Zombies sind hinter mir her. Äh. Lauf einfach weg. Ja, ich lauf jetzt einfach mal im Kreis, ne? Wie er sich jetzt in die Ecke verkriecht, ne? Hast du ihn? Er ist elf. Er ist tot. Jawoll. Nimm sie ihm seine Sachen. Nimm sie ihm seine ganzen Sachen. Wir müssen dann mal kurz die Aufnahme abbrechen. Warum? Weil wir aborten müssen, weil so viele Zombies jetzt auf uns zulaufen. Ja, müssen wir das. Fuck. Was geht jetzt ab? Also, bei mir ist keiner mehr. Das ist geil. Ja, 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 ja. Ich kriege mich jetzt mal hinter das Haus. So. What the fuck. Warum kann ich nichts nehmen von dem? Es lagt gerade voll, ne? Ich kann nichts nehmen, Mann. Scheiße, jetzt rennt wieder ein Zombie mir hinterher. Warte mal, ich gehe kurz auf Bord und gehe wieder rein. Da sind die ganzen Zombies weg. Bist du raus? Jo. Okay, gut. Weil bei mir ist auch der Zombie auf einmal verschwunden. Warte. Ich bleibe hier mal kurz hinter einem Haus in Sicherheit, ne? Ja, passt. Boah, ich habe gerade so die geile Sniper. Warte, soll ich die mir holen? Ich glaube, ich hole die mir. Ich werde gerade so Glück. Ich hole die mir jetzt. Und warum? Nee, Alter, du kannst mit der nicht umgehen. Ja, okay, kann ich wirklich schnell. Aber wenn der irgendwas anderes hat, was ich gebrauchen könnte, dann gib mir das. Jetzt dann kann ich es nehmen. Ah, geil. Ne. Boah, fette Scheiße. Ja. Yeah, Alter, wir haben unseren ersten Fight gekillt. Ja, Mann. Geile Scheiße. Warte mal, ich versuche. Ich komme jetzt mal langsam zu dir, weil die Straßen sind frei. Du bist in diesem kleinen Häuslein da, ne? Ja. Ja, die bringt nichts, die Waffe. Die hat nichts mit. Wie, was? Der hat keine Munition. Nee, hat er nicht. Deswegen hat er auch nicht geschossen. Aber ich gehe trotzdem mal rein. Oder warte mal. Warte, meine Maus. Ist das DMR-Magazin? Ich weiß es jetzt nicht. Wir haben ja gar nicht gesehen. Benaculars, yeah, Mann. Jetzt hast du auch eine, Mann. Ja, warte mal. Was ist denn das da? Das sind das... AKM-Magazin, das nehme ich mit. 2RN. Was ist denn das? Achso, Munition. Oh, ich habe eine Uhr. Gut, komm, gehen wir einfach mal weg. Warte mal, ich will da noch ein paar Sachen aufhören. Ich muss den abhauen, weil wenn der jetzt wiederkommt und irgendwo ein Basislager hat, dann hat er eine andere Waffe und tötet uns. Ja, ich bin hinter dir. Warte mal. Das ist eine leere Flasche. Leere Whisky-Bottle. Oh, da ist ein Rucksack, ein größerer. Ja, nice. Wie kann ich den jetzt nehmen? Alter, meine Maus spinnt. In dem scheiß Game. Hä? Wie kann ich den scheiß Rucksack dann nehmen, ey? Okay, der hat für die Waffe keine Muni. Fuck. Aber egal, ich nehme es nicht zu. Wie kann ich denn den großen Rucksack dann nehmen? Da musst du zuerst alles weglegen. Alles wegtun, was da sonst noch rumliegt. Warte, ich nehme das mal alles weg. Warte, ich mache mal hier die Tür zu. Warte mal. Ich gucke hier ein bisschen um. Warte, jetzt kannst du es wegnehmen. Theoretisch, oder? Jetzt habe ich das andere genommen. Ja, gut. Jetzt kannst du ihn aufnehmen. Nee, da mache ich die scheiß Tür zu, ey. Nee, du kannst nur drauf schauen. Warte, ich muss es mal verwechseln. Jetzt habe ich meine... meine Dings... meine... AKM habe ich jetzt. Geh mal weg. Ich will mir... Ah, jetzt kann ich es nehmen. Jetzt kann ich es doch nicht nehmen. Warum kann ich es nicht nehmen? Geh mal kurz weg. Ich kann irgendwie den scheiß Rucksack nicht nehmen, ne? Alter, habe ich jetzt meinen Rucksack dahergedacht. Wo ist mein Rucksack hin? Dann ist das wahrscheinlich deiner. Hä? Warte mal, warte mal, warte mal. Schnell nehmen, schnell nehmen, schnell nehmen. Nee, warte mal. Bei mir wird da was falsch angezeigt. Warte mal, ich gehe kurz aufbohrt. Alter, mein DC ist es spinnt. Wie kann ich denn die Uhr nehmen? Normal. Ich weiß nicht, welche Tasten-Kombination das ist. Ich kann auch den Tod. Wir haben einen Tod, wir haben jemanden getötet. Ja, aber dermaßen. Alter, es war nur mehr geil. Er steht da, ich gehe ganz langsam zu ihm hin und kill ihn ganz elendig in den Arsch. Ja. Aber wenn der dieses Let's Play sieht, der verflucht uns dann. Gibt 1000 Dislikes. So heißt, der macht sich immer wieder einen neuen Account. Genau und schreibt, ihr seid scheiße und ich kann irgendwie den scheiß Rucksack immer noch nicht aufnehmen. Warte mal, ich glaube, das ist meiner. Was gibt es denn hier? Ah, da bist du ja wieder. Bist du das? Sag bitte, du bist das. Ja, warte, warte. Ja, ja, das bin ich schon nicht. Ich muss gerade... Ja, ich muss mich erst mal an dieses hässliche Outfit da gewöhnen, ey. Ja, ich weiß, das ist da neu. Warte. Wo bin ich denn jetzt? Ah, jetzt ist sie drin. Okay, passt. Ist okay. Ich habe die ASD. Ich habe... Achso, mein Backpack. Da ist noch ein Backpack, gell? Aber der ist schlecht, glaube ich. Was ist denn das für einer? Oh, lass mich den nehmen. Der erinnert mich an die Bundeswehr. Was hast denn du für einen... Was hast denn jetzt für einen An? Du hast den falschen an, Mann. Der ist viel größer, als was da gelegen ist. Wo ist denn der jetzt hin? Ah, da ist er eh. Ja, ich kann den irgendwie nicht nehmen. Du schaust, du machst... Du nimmst da das Alice Pack. Da steht Alice Pack. Und dann machst du Take Alice Pack. Da steht Alice Pack, oder? Nein, da steht gar nichts. Da steht Öffne Tür. Open Alice Pack. Ja, und dann scrollen. Take Alice Pack. Aha. Yeah. Aber du musst jetzt alles rausnehmen, was in dem Pack drin ist. Hier. Ups. Entschuldigung. Ich habe gerade geschossen. Was heißt das? Rearm? Nee. Nehmen, was drin ist. Dankeschön. Zombie ist jetzt gerade hier bei mir und greift mich an. Oh, oh. Entschuldigung. Ach, manne. Ich glaube... Ich gehe nochmal Alport. Geh nochmal Alport. Ja, geh bitte nochmal Alport. Warte, 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 warte. Ich muss das Ganze essen. Da ist alles Essen, was da rumliegt. Ich gehe nochmal Alport. Ich gehe nochmal Alport. Scheiße, ich kann nicht an Bord gehen. What the fuck? Das sind alles Zombies. Ich habe keine Muni mehr. Ja, ich glätte jetzt gerade irgendwo hoch. Ah, geh weg, 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 geh weg. Ich bin... Ich laufe irgendwo hin jetzt mal ran. Ja, warte mal. Ich laufe... Ich bin jetzt irgendwo nach oben gelaufen, wo die... ...nicht hoch können, ne? Boah, scheiße, Mann. Ich laufe jetzt irgendwo hin. Ey, ich sehe jetzt keinen Zombie mehr, ne? Wo bist du? Ja, mir rennen alle hinterher. Ja, ich habe mich jetzt gerade auch... ...ähm... ...auf ein Haus versteckt. Wo denn? Das ist... Ah, das war das allererste Haus, wo wir looten waren. Ah, die... Die... Die School. Genau. School of Death. Ich gehe kurz Feuerwache. Okay. Aber ich habe doch alles, was in dem Rucksack war. Keine Ahnung. Doch, ich habe alles, was in dem Rucksack war, habe ich... ...habe ich bei mir. Das ist ja... Na, ist ja, Basti? Na, ist ja alles bei mir. Bei dir. Ah, ja? Ja, okay. Jetzt läuft mir nur mal einer hinterher. Habe ich da alle abgeknallt. Nicht gut. Okay, eine Watch. Ich würde gerne mal wissen, wie man die Uhr dann nimmt, ne? Okay, der hat hier schon gelootet. Was hat der? Der hat hier gelootet, wo wir davor waren. Was ist denn das für Waffe? Geil! Geil! Was denn? Was denn? Was denn? Was denn? Was denn? Was? Was? M9? 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 So eine habe ich auch. Oh, geil! Ich habe ein Messer! M9 mit Schalldämpfer. Fick dich. Ich habe ein Messer! Geil, 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 geil. Fuck. Boah, jetzt habe ich gemein, ich bin tot. Ähm, weißt du was? Hä? Hier oben liegt eine Waffe für dich mit ganz viel Magazin. Ja, ähm, ich kann da jetzt leider nicht kommen, da jetzt gerade unter mir alle Zombies sind und ich da jetzt leider irgendwie nicht... Nein. M-m. Nicht so gut, hä? Nicht so gut. Obwohl, warte, 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 wenn ich da jetzt die Tür runterlaufe, bei welcher Feuerwache bist du? Bei der, wo wir vorhin waren? Bei der ersten oder wo wir auch oben gelegen haben oder bei der zweiten? Bei der, wo wir noch nicht waren. Fick dich, warum ist ein Zombie jetzt auf einmal da oben? Geh, läuft einfach her. Ja, warte, der Zombie ist rausgelaufen. Ich laufe jetzt einfach mal nach unten. Ah, nee, wenn ich jetzt da runter springe, breche ich mir die Knochen. Also bei dem, wo wir vorhin waren, bei dem warst du, bei dem bist du. Hm. Zombie. Ist auch Zombie. Boah, ich geh da wieder rein, Alter. Und geh in den Hinterausgang. Aber mit der, mit der, mit der Dings kann ich voll gut zoomen. Zombie, schon wieder. Boah, scheiße, Mann. Scheiße, wo laufe ich denn jetzt am besten lang? Wo bist du? Ich bin jetzt wieder an diesem kleinen Supermarkt. Scheiße. Ich bin jetzt auf dem Weg zur Feuerwache. Ich musste jetzt bloß einen kleinen Umweg gehen, weil... Ich sehe dich nicht. Ja, Moment, ich bin ja auf dem Weg gerade auch. Ich schaue gerade auf die Straße. Da ist niemand. Ja, ich bin ja auch nicht auf der Straße. Ich laufe im Gras da rum, weil ich kann ja nicht einfach so auf der Straße laufen. Warte. Ich sehe nichts. Also ich habe jetzt... Wo bist du ganz genau? Ich bin ganz oben in der Feuerwache. Da oben, wo wir gelegen haben? Nee, ich bin auf... Boah, ich bin in der anderen Feuerwache, du Trottel. Also doch auf der anderen Seite. Habe ich ja gesagt. Nee, ich habe gefragt, da... Ich bin nicht bei der Fabrik, sondern bei der anderen. Da bin ich jetzt in die ganz andere Richtung gelaufen. Ja, ich komme zu dir. Und die Musik, da macht mir voll Angst. Zombie. Ich habe eine Schall gedämpfte M9. Nice. Warte mal, ich gehe mal in dieses eine Teil da, wo wir den einen Kerl erledigt haben. Nee. Ich laufe jetzt an. Ich laufe zur... Ich weiß, wo ich ihn laufe. Komm zur... Zur Dings. Zum Krankenhaus. Ah, ich habe eine Taschenlampe. Hast du eine Taschenlampe? Ja. Hat jeder. Echt? Hm. Wohin? Zum Krankenhaus. Hm. Wo ist denn das Krankenhaus da? Das weiß ich leider nicht. Ich weiß, wo es in Scherno ist, aber nicht, wo es in... Dings ist. Keine Ahnung, ob ich es erklären soll. Boah, ich bin hier jetzt gerade voll umzingelt von Zombies, ne? Das ist nett schön. Boah, kacke. Ah, der Kerl hat schon gedacht, so, oh, jetzt bin ich hier frei, ne? Jetzt bin ich... Kann ich hier ein bisschen, ähm, Muni und so holen, ne? Dann bin ich schön, ähm, bereit für ein großes Server und dann schön gefistet wurde der. Oh, Zombies. So, ich laufe jetzt in Richtung, äh. Sag mal, ist das, was jetzt man, was man da jetzt sehen kann, dunkel oder ist das noch hell? Nicht ganz. Ich bin jetzt beim, 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 bei der Schule. Hm, ja super, ich bin jetzt gerade draußen und da draußen sind Zombies. Wo denn? Draußen. Wo genau, wo genau bist du? Geh mal raus aus dem... Ich bin beim Supermarkt. Renne dir gerade hinterher, zu dir hin? Ja. Gut. Ich hab schon gedacht, so, scheiße, die sind nett. Die laufen jetzt gerade zu mir. Ich weiß nicht, wo du bist. Ich seh dich. Wo? Ich bin da auf dem, auf der anderen Seite gewesen. Wo bist du? Warte. Soll ich zu dir rennen? Ich hab Angst, dass ich dich erschießt, deswegen. Nein, 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 warte. Wo bist du ganz nah? Ich bin jetzt auf der Straße. Ja, ich bin links, neben dir. Links, 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 links. Falsch, jetzt hinter dir. Was laberst du, Mann? Da ist keiner. Doch, hier. Hinter dir. Da, ja, komm, 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 komm. Gib mir, lauf mir nach, lauf mir nach. Komm, komm. Wenn du das, äh, wenn du das, ähm, Zeug, was ich gerade hab, am Kopf hast, dann bist du ein, äh, Kopfgeldjäger. Ein was? Ein Kopfgeldjäger. Boah, bist du jetzt in die Schule rein? Ja, bin ich. Ey, du Idiot, die rennen dir jetzt alle hinterher. Ja, und? Na, super, was mach ich denn jetzt? Jetzt kann ich dann nicht reingehen. Doch, kannst du. Aber warte, ich, geh mal oben, oben hin und raus. Weil ich kletter dann die Wand, also die Wand, die Leiter hoch. Ich bin schon draußen. Ich kletter dann hoch. Warte, ich komm jetzt da hochgeklettert. Wenn du da jetzt stehst, nicht schießen. Ich bin's. Boah, ein M9011 brauche ich ja nicht. Spur. Boah, guck mal, was da ist. Da ist so ein... Ah, nee, das kann man gar nicht nehmen. Das ist, glaube ich, aufgezeichnet nur. Bist du draußen? Da ist ein Alice-Bag. Ja, das habe ich schon gesehen. Ja, das bin ich. Das bin ich. Und ich bin das. Hier habe ich sogar ein Messer. Ich schaue nur gerade, ob ich vielleicht ein M9-Magazin kriege irgendwo. Okay, was wollen wir jetzt machen? Für dich wäre es jetzt am besten. Was? Geh nicht raus. Ey, da kommt ein Zombie gerade die Treppe hoch, ne? Echt? Ja. Wo dann? Da. Komm nicht mal aus der Tür raus. Ah, hi. Jo, hi. Der stirbt irgendwie nicht. Ja, der läuft jetzt gerade durch die Wand. Egal. Komm, gehen wir runter wieder bei der Treppe. Ja, warte mal. Komm mal bitte raus. Ich kann da jetzt nicht rausgehen, ne? Ich kann da jetzt nicht vorbeigehen, weil der da ganz in der Nähe ist. Komm, geh einfach vorbei, Mann. Scheiß dich nicht. Ich glaube, der hat mich gesehen. Wo bist denn? Wo bist denn du überhaupt? Ich sehe dich nicht mal. Ich bin jetzt die Treppe nach unten. gelaufen. Du bist die Treppe. Ich bin bei der Dings. Bei der was? Zombie. Bei was? Bei welchem Dings? Da bist du. Da bist du. Da komm schon schon mal schocken, Alter. Ey, Junge. Komm mit. Ah, ich hänge. Aber jetzt machen wir dann eh, dann hören wir dann eh bald mal auf, oder? Ja, könnte man mal langsam, ne? Wir nehmen schon ewig locker auf. Ich bin jetzt dann wieder beim Dings. Wie geil. Wie geil. Der Zombie hat jetzt mich einfach nur mal dumm angeguckt, ne? Einfach nur mal so doof angeguckt. Oh ey, hast du vielleicht was zu essen? Ja, hab ich. Ganz viel. Gib mir mal was zu essen. Ich verhungere, glaube ich, gleich. Bei mir ist es rot. Boah, da oben ist wieder nix. Die klauen dir alles immer. Jo, hier. Ich glaube, da machen wir ja jetzt hier einen Cut. Dass wir hier raus auslogen, oder? Ja, ja, würde ich auch sagen. Da, da liegt's. Dann machen wir morgen oder so weiter. Jo, genau. Warte mal, ich muss erst mal leben. Ich hab einen geilen Kill gemacht. Das freut mich. Jetzt kann ich geruhigt schlafen gehen. Ja. So. Okay. Das ist was zu essen, ne? Hast du geschossen? Nee. Dann hab ich auch so sehen geschossen. Ey. Du. Boah, ey. Pass auf, was du machst. So, jetzt esse ich und trinke ich noch was. Und dann machen wir Break. So, jetzt hab ich was gegessen und getrunken. Und machen jetzt einen Break. So, Freunde der Nacht. Das war mal wieder jetzt eine Folge. Beziehungsweise für euch mehrere Folgen. Day set. Together. Ne? Let's play together. Und ich werd das jetzt mal bearbeiten, schneiden und so. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Und geht mal auf Max seinen Kanal, der in meiner Subbox steht. Und abonnieren. Ja, und in der Description unten drunter. Ciao, Leute. Alles klar. Bis dann. Haut rein. Tschüss. Ciao. 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 Ciao.